Wir können unser eigenes Foto nehmen zum reisen, aber gucken wir erst mal, wir können ja noch mit den Herren sprechen. Eigentlich. Und dann stellen wir unser eigenes Bild mal hier scharf. Ja, ist scharf. Wie weit zurück ist das? Und die ganze Umgebung verbrennt. Ja, aber was? Zerreißen wir es. Mal wieder. Okay, wir haben den Preis nicht gekriegt, verteile ich dann Victoria? Hä? Wir sind ja auf dem Weg und jetzt... Warte mal, was? Was passiert hier? Sag mir nicht, wir sind jetzt schon wieder unter Drogen gesetzt. Wieso? Warum sind denn wir jetzt schon wieder da? Da will er uns gerade wahrscheinlich umbringen? Oh nein, nicht schon wieder hier. Oh nein, ich bin wieder hier wieder? Ich dachte, ich habe alles verstanden. Was? Jefferson sollte hier sein, nicht hier. Jesus. Es ist wie, dass du wieder in meinem Haus. Du bist noch immer in der Raum. Es wäre cool, wenn du einen von deinen Patenten-Selfie hast. Die Transformation zwischen den alten Max und den neuen Max. Anyway. Und jetzt treten wir dich. Fick dich, äh, friss, Dreck und Krepier. Ja, mach das. Oh nein, unsere Nase. Oh Mann, ey. Was machen wir jetzt? Tod. Doch, tut es. Was jetzt? Scheiße, jetzt können wir nicht mehr zurück. Was aber, was kommen wir jetzt hier gegen mal? Ach, der Tornade kommt jetzt. Es wird doch schon, 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 zu schön, ihn loszukriegen. Ach, der Tornade kommt. Irgendwie müssen wir doch hier rauskommen, bitte. Oh, die... Oh nein. Können wir irgendwas tun hier? Vielleicht treten wir ja gleich die Spritze selbst rein. Ich versuche, diese letzte Spritze wird nicht wehren. Ich versuche, diese letzte Spritze wird nicht wehren. Was? Oh, oh. Oh, oh. Oh, David, nein. David, schau mal. Wie, wie wusste du das? Oh, Mann. Jesus. Tja, ne, kacke. Also irgendwas anderes müssen wir da auch machen. Noch weiter zurück. Oh. Psychopath. Was sollen wir machen? Etwas Musik spielen. So, jetzt sollte er es nicht hören. Du, 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 du. Das war's gleich für dich. David. Also, ich wäre hier auch am Arsch. Okay, wir müssen noch weiter zurückzureden. Das ist es also nicht, was uns rettet. Wäre auch zu Anfang gewesen. So, Licht ausmachen wäre eine dumme Sache. Ein letztes Foto. Ja, das klingt doch... So, dann gucken wir doch mal. Fotomontage. Wow. Das Foto mussten wir jetzt aber nicht mal schießen. So, und jetzt sollte... Metzen? Komm schon. Wow, jetzt gibt der uns die. Warte mal, und wenn wir noch ein bisschen warten... Er war doch schon da. Okay, wir dürfen jetzt komplett zurückspulen. Also, das letzte Foto ist es auch nicht. Wasser holen? Hm, würde er wahrscheinlich nicht machen. So, Licht ausmachen. Gucken wir mal. Etwas Wasser. Ja, das Licht ausmachen, das würde ich kritisch sehen. Nein. Nein, nur nicht. Unter Drogen sitzen und sowas. Verschafft uns das genug Zeit. Ah, jetzt ist der Wagen ja näher. Jetzt verstehe ich auch. Jetzt können wir auch mit dem Fuß was machen. Ja, ja, du wirst gleich sehen. Sieht immer aus, als wäre der drin. Wieso? Wow, wie gewinnt ihr jetzt? Nee, ne? Schieben wir den jetzt. Bam! Nein. Jetzt zerschließt ihr schon wieder ein, aber ich weiß, was ihr machen könnt. Schade, hat nicht geklappt. Jetzt nimmt er seine Knarre. Hat auch nichts gebraucht. Ziehen wir. Boah, das. Jawohl, endlich. Wir leben. Ja. Wann, wie, wo, was. Und noch mal eine Faust. Schöne Träume. Jawohl, endlich. Ah, wir haben kein Voto mehr. Stimmt, kurz vor der Party. Scheiße, kein Sigmar. Äh, können. Haben wir. Oh Mann, ey. Ah, womit haben wir den jetzt nicht hergebracht? David? Are you okay? Look at this place. It feels like hell. Jefferson was... Was gonna kill me. Like he did the Victoria Chase. Und Chloe. Er hat beschuldigt, ihn bringt er jetzt nicht. Nicht ihre Schuld. Er ist doch ein guter. Ich wusste, dass Nathan Prescott in der Gefahr wurde. Er hat nur zu lange gewartet, um ihn zu neutralisieren. Jefferson hat bereits getan. Sie hatten ein paar wunderschöne Vater-Sohn-Gene. Aber Nathan hat Rachel gebetet. Und Jefferson musste ihn als Erkrankung nutzen. Der Pervert hat all diese Scheiße auf meinen Nacken. Ich könnte ihn und Nathan stoppen, wenn nur... Kameras? Das war nicht so stupend. Nein, ich sollte den Principal Welles gesagt haben, Nathan hatte eine Kugel und er hat fast veröffentlicht. Ich habe die Schule in Gefahr. Wir machen alle Entscheidungen, die wir in Gefahr haben. Aber ich muss sagen, ich bin über dich empfohlen. Dann Chloe. Dann deine Anfassion. Und ich hatte all die high-tech-Toyle. Du hattest uns alle. Sie wird ein tolles Team. Wir sind... Achso, wir sind... Ja. Wir sind noch da. Ich war wütend, ja. Ich war wütend und... Ich wollte, um zu ragen. Ja. Ich weiß, die Gefahr. Ich wollte Joyce sagen, ich war falsch über dich. Sie liebt dich. Es ist ziemlich offensichtlich. Ich versuche nicht, meine Service als Entschuldigung zu benutzen, aber... Es ist schwer, nach dem Krieg nach Hause zu kommen. Viele Leute wissen nicht oder wissen, was ihr Leben ist. Except for Joyce. Sie gab mir Hoffnung. Eine neue Leben. Und du hast mich saved. Chloe, ist sie... Sie wird mich stolz auf. Ich will nur, dass du sie sicher mit ihrer Mutter sehen würdest. Ich versuchte Joyce, dass ich einen Familienkanzler sehen würde. Ich beginne, mich entschuldigen, dass Chloe... Ja. Das müssen wir aber erstmal ändern. Ich will nur auf meinem Vater, aber... Vielleicht wird sie stoppen, mich als Stepdouche nennen. So, wo ist Chloe? Noch tot, David. Ja, wir sagen die Wahrheit natürlich. David. Chloe ist... ...dead. Das ist nicht passiert. Er kann nicht. Nein, Gott. Nicht Chloe. Max, du bist sicher? Ja. 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 Ich habe einen... ...Gemberson-Killer in der Trunk Yard. Die letzte Nacht. Die letzte Nacht? Wenn ich mich entschuldigt für mich und meine Hotelruppe... Ich versuchte Joyce, dass ich sie schützen würde. Die letzte Nacht ist ein Jefferson aus. Oh, oh. Oh, no. Oh, no. Warte, warte! Das geht soweit. Ich kann auch nichts zurückspulen. Sorry, Max. 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 Oh, jetzt gibt es nicht auch noch die Kugel. Und wir werden versuchen, es zu ändern. Max. Oh, jetzt haben wir nicht. Wir könnten die Kinn direkt raus. Aber es war auf jeden Fall richtig, ihn nochmal anzuquatschen. Jetzt kommt wieder ein Kommentar zu unserer Entscheidung. dann habe ich mich mal gelernt. Ich kommt da schon auf, wenn du CPier.